hallo leute ja wir machen ja hier mal weiter part 4 ist das glaube ich jetzt schon und ja kümmern uns erst mal um den läufer der da hinten noch läuft und dann habe ich da noch irgendwo fabrikgebäude gesehen oder sowas ähnlich ist und wenn wir dann auch noch in trauben aber erst mal zu diesem auto dahin kann man da nicht anders um altmetall hier drin auch das ding wie war das noch mal so was haben wir denn hier drin chemische verbindung und stoffe und das war's auch ja ganz toll ja ok da haben wir noch das ding nicht oh da läuft er komm ich denn da rein ohne dass die mich sehen das ding runter machen wir natürlich nicht das wäre auch zu einfach gewesen da ist noch wieder eine werkbank handelsware munition wäre nicht schlecht da sieht das wie mit militär laster oder irgendwie so was da ist bestimmt auch nichts drin hier wechselt das garage schon durch den boden durch recht interessant also da läuft garantiert noch irgendwas rum oh komm 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 И Sief Oh, das hat dich ja richtig gelohnt. Oh, was ist denn da hinten wieder rum? Oh Gott. Die fliegen da hinten auch schon wieder rum, die Viecher. So, schnell hier rein. Ähm, oh ja. Okay. Ich muss einen Abspeicher reinigen. Ich glaube, das ist doch mehr, ne? Ja. Schnell speichern. Bevor ich noch was anbrenne. Oh, eine Kiste, guck mal. Oh, Munition. Pistolen und Gewehr Munition. Jo, immer wieder gern genommen. Werkbank benutzen. Was haben wir denn hier? Können wir noch einen Milipack herstellen, vielleicht? Ne, da brauche ich, glaube ich, auch für Chemikalien. Ja, war klar. Äh, keine Ahnung. Das war ein Schiss. Jo, dann haben wir den da hinten noch. Ja, mach jetzt. Ja, mach jetzt. Okay, gut. So. Was haben wir denn da drin? Gewehr Munition plus 10, ja, so eine Idee. So, was haben wir hier noch? Die ganze Munition ist schon wieder fast weg, ne? Naja, was soll's. We'll find some other way out, Claire. We'll find some other way out, Claire. Jojo, so. Ich war ja auch irgendwie überhaupt nicht laut, ne? Oh, mal gucken, was ich hier für den Energiezellen. Ja, hier wäre ja kein Weg, wenn da oben nichts wäre, ne? Also gehen wir doch hier mal hoch. Ähm, okay. Ähm. Ja. Ach, vielleicht hier und da durch? Ja. Ah, ich bin schlau. Ich mein, das hätt' man ja auch anders machen können, ne? Ah, okay. Oha, hast runtergefallen. So, und hier runter, oder was? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Ah, toll. Da blinkt noch was. Was blinkt denn da? Ein Springstopp hätt' ich mich ersparen können. Altenmetall und Handelsware. Okay. Ja, das Loch in der Wand sprengt hätten wir uns sparen können, weil hier geht's eh nach oben. Äh, macht auch nix. So, 1000 Schuss Munition wär doch mal ne Alternative. Ich mein, wirklich cool fett. Schemische Verbindung, ja, hier musst du wirklich ganz genau gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Sozusagen die Ecken auskratzen. Da hinten liegt aber auch die ganze... ...Sauber nicht. Hier liegt echt viel rum. Ne, da geh' ich noch nicht rein. Was haben wir hier? Ja, das ist doch eben überall geblinkt. Geh' nochmal zurück. Ach da. Horrorbomben. Horrorbomben wird mir wieder gern genommen. Okay, dann brauch' ich einen Dietrich für. Ja, den hab' ich ja. MGM16. Das ist wahrscheinlich das Ding, ne? Springstoffmaterial. Okay. Du hast wieder ne Werkbank. Du hast nix. Du hast noch jemanden gefunden. Okay. Du hast da? Du hast da? Ja? Du hast jemanden? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. So, was haben wir hier? Ja, da kann ich bestimmt durch. Mal hier mal abspeichern vor dem Schreiber. Ja, wenn das Ding hier schon steht, kann man das auch machen, ne? Hallo? Oh! Maal ich offenу. Uff. Wo ist denn mit dem? Oh! Wo ist denn da? Aua! Wie ne so ist das, was ich glaube ich. Heißt, was er? Oh! Oh, was er da drin ist? Wärst du da drin sind? so ist nichts mehr okay ja ich muss das ja machen das war schon wieder nicht mehr wieder klar so nur aber hier liegt ja noch was das nehmen wir dann alles mit so war hier irgendwo zum tunnel nicht mal nicht wie macht man nicht das ist das hier so dunkel kann man immer auch immer alles wird hier ja hier das ist diese man sieht doch nicht man sieht auch richtig viel hier drin Medizin Pack hier wird Munition immer wieder gerne genommen und den Orten auch noch ran, nö, schade eigentlich das ist hier auch nichts mehr drin, ne so, ja vorsichtig umgucken hier, irgendwas ist, was wir hier brauchen können, dann gehen wir nämlich weiter ich werde nochmal eben abspeichern, bin ja so ein bisschen ängstlich immer, ne 152 Schoß, ja, da kann ich mit leben, das geht so dann gucken wir mal, was ich hier noch so finde das, chemische Verbindung immer wieder gerne genommen das wäre komm mal da hoch was haben wir da oben da geht's ja unglaublich wenn das Feeder nur wieder hergekommen, ey dann müssen wir uns gleich hin bis 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 Oh mein Gott. Ja, wie die Verkehr stellen, oh, ja nützt ja nix, ne? Und ich hatte mal so viele da. So, können wir mal gucken, dass Fertigkeiten mal eben gucken. Level 3, Fertigkeiten. Ähm, Waffen, Sprengstoff, Flüttenschaft, Schlösser knacken. Ähm, ja, ich glaube, Schlösser knacken ist wichtiger, ne? Kann ich aber noch nicht, warum nicht? Was brauche ich denn dafür? Äh, Hacken? Äh, hacken geht auch nicht. Übergeben. Tarnung, Waffen. Ach so, ist hier der Double-Unter. Na ja, gut, dann sammeln wir jetzt mal ein bisschen. Ja gut, der Rucksack ist auch bald voll. Ähm. Was ist das denn? Sieben von achtundfünfzig. Okay. Ich habe doch vier Waffen, oder? Ach nee. Äh. Keine Ahnung. Also das Prinzip habe ich hier noch nicht wirklich verstanden. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Äh, wahrscheinlich in die Richtung, ne? Ja, da fliegen ja die anderen Viecher rum da hinten. Da kommt noch einiges rauf, ne? Sieht nicht so aus. Naja gut, dann gehen wir da mal in die Richtung. Gucken mal da was und was man da auch so. Ja. Da war doch noch ein Militärläster irgendwo, ne? Da hinten. Ja genau, der war das. Oder sowas ähnliches jedenfalls. Äh, verdammte Kiste, ey. Das... Ja. Ich will mir noch ein Dietrich bauen. Na gut, der Laster ist ja nicht weit weg. Hier ist die Werkbank. Och, acht Stück. Ja gut, wie viel baue ich mir denn da? Hier stellen. Nein, keine acht Stück. Das ist wahnsinnig. Vier. Reicht völlig. So. Und verlassen. So. Noch mal ran in die komische Kiste da. Dafür noch eine. Zwei Kisten sogar. So. Noch ein Versuch. Da geht's nicht. Oh, genau. Ah ja. So. Da ist auch noch eine Kiste. Und die war sogar offen. Super Idee. So. Hier noch mal rein. Hier noch mal rein. Speichert noch mal. Äh. Wo war das Ding denn? Ach da. Ist da noch irgendwas? Ja. Dann ist da. Dann ist er. Dann ist er. Und abgespeichert. Hm. Die Scheißdinger. Kommt doch mal her, Leute. Oh. Ja. Ich kann's. Ich kann's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso das denn? Weil fliegt da hinten immer noch rum? Okay, dann... Oh, ich bin Fahrrad. Super. Ähm... Okay. Oh god, this is a trade-off, trade-off. Still so far away? Look at this. Oh, that's right. Oh, exactly. Okay. 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 Ah, ich weiß, ich kann Holtkang zerstören, ja, aber das mache ich nicht. Okay. Ich schätze mal, das muss zerstören, da hinten. Und toll, da ist die Tür drin. Komm hier so rein. So, einmal nach unten, hier rein, dann ist es wahre, dann ist es wahre, immerher da wird. In der Tat ist sowieso gleich voll. Wo kann ich da hinwerfen? Ich probiere das einfach mal. Äh, nicht wirklich. Okay. Vielleicht ein bisschen weit. Oh, oh. Okay, das war zu dich. Okay. 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 Amen. Also die Dinger hören sich schon richtig dicht nah an, ne? Nimm mal so zehn Fugen. Ich weiß gar nicht, wie sie sind. Ich weiß gar nicht, wie sie sind nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die ja hier läuft auf jeden Fall läuft hier jetzt nichts mehr rum aber da komme ich nicht hin oder doch schön hinter der Deckung bleiben hier was geht hier los äh cool ja ja springstoff ist aus ja ja kann man slow Hey, Buckhead, I saw some movement in the factory. Resistance? Nah, it looks like a scavenger. We aren't too far from our new hideout. Maybe it's the guy who lives there. You know what? I think I'll introduce myself. At least I can do for leaving us all those resources. Jeez, I might even give him a thank you card. Thank you, you keep looking. So, what's going on in the Plasma-Turm? Oh, that would be a clone. Ah, damn it. Away from there. Was kann das Ding ab? Sag mal, du liebe Wüte. So, jetzt müsste ich natürlich noch die Dinger finden, die ich hier gesprengt habe. Okay, lass mal tun, wir darum wahrscheinlich auch nichts abwerfen, ne? Oder? Tolle Aktion. Elektroteile, naja gut. Ah ja, hier oben liegt auch noch einer. Dermunition. Okay. Mehr ist hier auch nicht. So eine Speicherstelle wäre jetzt nicht schlecht. Aber gehen wir hier mal rein. Okay. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nichts zu sehen. Na gut. Okay. 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 Ich kann Feuerlöscher mitnehmen, aber was soll ich damit? Es ist noch nichts mehr drin. Jo. Oh-oh. 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 Uncool. Echt uncool hier. Oh-oh. Oh-oh. Ich muss wieder heilen, ey. Oh-oh. 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 das war es auch schon wieder gottes will ja dann sprechen wir hier noch mal eine runde ab überhaupt nichts mehr von ja das war es dann mal wieder 30 schuss oder so ja dann war es das erst mal wieder für heute und wenn euch das gefallen hat was ich hier produziere dann lasst doch wieder ein abo da und wenn ihr auch in zukunft kein video mehr von mir verpassen wollt dann einfach die glocke aktivieren ohne sage ich mal bis zum nächsten mal und tschüss